Gut, gehen wir hier erstmal auf den Boden, weil auf dem Boden hat den großen Vorteil, man ist schön niedrig. Oh, die Tasse ist schon warm. Und wenn man niedrig ist, dann kriegt man weniger Rauch ab. So, Problem ist jetzt, wir haben hier in unserem Becher sage und schreibe 500 Milliliter. Und sie ist der große Schatz. Und damit wollen wir uns jetzt Couscous mit Soße zubereiten. Das heißt, das müssen wir wahrscheinlich zweimal machen, behaupte ich jetzt einfach mal. So, jetzt brauche ich noch ein Schüreisen und muss mir hier erstmal was zusammenbauen, wo ich jetzt gut den Topf drauf stellen kann. Der müsste noch ein Stück rüber. So. Ja, so weit, so gut. Dann wird der Griff halt heiß. Das ist dann so. Noch besser. Machen wir das so. Ich könnte hier ganz so dran stellen. Mhm, die hätte ich jetzt gedacht. So. Das war schon mal spannend. Äh, rausholen mache ich dann meistens mit zwei Ästen. Dass ich ihn also mit zwei Ästen wie mit so einer Gabel entsprechend packe. Und ja. Einen Deckel haben wir nicht dabei aus Gewichtgründen. Normalerweise hätte der Topf einen Deckel. Und mit Deckel geht es auch erheblich schneller. Aber jetzt müssen wir mit dem arbeiten, was da ist. Das einem übrigens bei dieser Art des Wassers heiß machen. Früher oder später irgendwelcher mischt aus dem Feuer. Auch in dem Topf fällt, ist leider auch normal. Das Gute bei Couscous ist, der muss dann nur kurz ziehen. Das heißt, den schmeißt man einfach ins kochende Wasser rein. Äh, beziehungsweise in unserem Fall werde ich vorher noch die Soße reinschmeißen. Oder die Hälfte der Soße. Weil wir ja in zwei Portionen arbeiten. Aber dafür hast du wahrscheinlich jetzt zu viel Wasser. Äh, meinsch. Ja. Wir haben ja wirklich nicht viel zu essen im Grunde. Ja gut, man kann ja immer noch ein bisschen Wasser weggießen. Was man natürlich auch machen kann, sind dann irgendwelche schönen Aufhängungen. Noch über dem Feuer bauen, wo man ein Töpfchen aufhängen kann und so weiter. Das hängt natürlich auch von der Art des Topfes ab. Wenn der ein bisschen größer ist und sich dann mehr zum Aufhängen eignet, ist das eine wunderbare Sache. Haben wir jetzt hier halt nicht. Gut, man könnte auch auf dem Hauptfeuer erstmal... Also kurz zur Erklärung, es geht um Evelines Konstruktion. Hier drüben kann man Evelines Konstruktion kurz bewundern. Ja, die Anfänge davon. Die Anfänge davon. Ähm, was man machen könnte, wäre natürlich auf dem Hauptfeuer... Sorry. Multitasking. Auf dem Hauptfeuer eben entsprechend Wasser heiß machen. Und dann einfach dampfenderweise darunter stellen. Das musst du ja gar nicht beheizen. Ja, stimmt. Das muss eigentlich nur dampfen. Ja. Dann müsste man es halt nochmal draufstellen, wenn es dann nicht mehr dampft. So nach dem Motto. Dann müsste man es einfach hin und her schubbeln. Gut. Ich nehme mal runter. So. Deswegen sollte man immer mit ein bisschen mehr Wasser arbeiten. So. So. Geschafft. So. Jetzt Sattle. Also. Damit habe ich jetzt hier mein kleines Kochstudio eröffnet. Das Gute bei Titan ist, der kühlt dann auch wieder so schnell ab, dass man relativ schnell die Tasse anfassen kann. Nur halt nicht direkt vom Feuer. Das geht nicht. So. Da haben wir jetzt noch ein bisschen Nädelchen drin. Die wollen wir nicht. Da haben wir noch ein bisschen anderen Dreck. Der ist uns egal. Nädelchen raus. Anderes Nädelchen auch raus. Das sind halt so alte, vertrocknete. Die schmecken nicht. Dann rühren wir erstmal ein wenig Soße ein. Das müsste hinhauen. Das sind jetzt fast 300 Milliliter. Die Soße ist für 200, wenn man sie nicht zu dick haben möchte. Aber da kommt ja jetzt noch Couscous dazu. Deswegen glaube ich schon, dass das halbwegs hinhaut. Das ist ja noch ein bisschen für den Geschmack. Jetzt weiß man schon nicht mehr, was Dreck ist und was Gewürz. Ja. Ja toll. Ein wenig, ein wenig Couscous. Hm. Vielleicht noch etwas mehr. So. Und wir rühren. Ich glaube, wir können noch ein kleines bisschen mehr dazugeben. So. Aber jetzt. So. 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 So, es ist fertig, sieht folgendermaßen aus, so, ja, also das ist im Grunde Couscous mit ein bisschen mehr oder weniger künstlicher Tomatensoße, aber, ja, ist ganz fein geworden. Mir schmeckt es gut. Wie ist denn das, Schatz, willst du gerade was essen? Dann darfst du die Tasse übernehmen. So, aus Gründen der Vollständigkeit, das hier ist jetzt die zweite Portion, da hatten wir jetzt das Problem, man kann es hier erahnen, dass die Tasse, ich nicht auf die Idee gekommen bin, dass es eine schlechte Idee ist, die Tasse nicht erst zu spülen, sondern gleich nochmal drauf zu stellen, wodurch natürlich die Reste, das bisschen, was vom Essen übrig war, was am Rand geklebt hat, jetzt im oberen Bereich vom Titanbecher natürlich entsprechend verschmort sind. Das, gerade weil die Seite, die dem Feuer zugewandt gewesen ist, natürlich heißer geworden ist, als die andere Seite, da ist noch alles schön sauber. Aber, das sind so die Unwägbarkeiten, ne. Deswegen, ich persönlich koche nicht gerne mit Titan auf dem Feuer, aber das haben wir jetzt in diesem Fall natürlich nicht anders gewollt und so machen müssen und, ja, da hätte ich jetzt wirklich nicht dran gedacht, dass man das Ding hätte vorher nochmal ausspülen sollen. Na ja, man wird es essen können. Ja, klar kann man es essen, das ist jetzt auch nicht, das ist auch nicht groß ins Essen reingefallen, das sind jetzt halt so ein paar Kratzerchen mit schwarzem Zeug, das kann man wahrscheinlich auch relativ gut abwaschen, das sieht jetzt nicht so aus, als wäre das allzu hartnäckig. Gut, ich lasse das Ganze jetzt noch ganz kurz ziehen, bzw. nehmen wir mal ein Probe-Löffelchen. Mh, kurzen Moment noch, recht tomatig, da haben wir diesmal recht viel Soße gehabt, das ist ein prima Gericht, das kann man auch auf einer ganz normalen Teichentour essen, schmeckt echt gut. Können wir wirklich mal ins Portfolio mit aufnehmen, also zu dem Standard. Ja, das hatte ich immer im Portfolio. Ja, aber... Puscus und Polenta hatte ich immer mit im Portfolio. Ja, ja, aber jetzt speziell eben diese Tomatensoßen-Variante, dieses mit einem Topf einfach in die Tomatensoße einrühren. Mhm. 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 Ja, dann nimm du mal. Danke. Okay. Und dann melden wir uns wieder, wenn wir gegessen haben. Mhm. 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 So, also, es gibt Neues in Sachen Destille. Äh, und zwar folgendes. Ich versuch das mal, Moment. Ich muss da aufstehen. mal wieder kurz zu erklären. Also, ähm, folgendes. Hier steht Topf. Ja, Topf ist jetzt extra auf kleines Nebenfeuer umgewandert, das aus ein bisschen Glut von Hauptfeuer besteht. Und, gut, okay, Hauptfeuer ist jetzt auch nicht mehr gerade besonders beeindruckend im Moment. Ich kümmere mich drum. Ja, 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 ich mach gleich, ich mach gleich. Und dann soll eben in Topf, der dazu dient, heißes Wasser zu machen, Wasser so heiß gemacht werden, dass es halt das tut, was heißes Wasser so tut, nämlich verdampfen. So. Dann kommt Topf unter diese Plane hier, ne, dieses, das sind zwei Stöckchen da dran, ist festgemacht, eine Plastiktüte, Folie, also aufgeschnittene Plastiktüte eigentlich. Und, dampft da schon was? Nee, nee, aber drunter macht es nichts mehr. Ja, ja, das ist schon so. Ähm, du hast Feuer im Griff, ja, ich muss da jetzt nicht sofort los bringen. Äh, okay. Ja, ja. Ähm, ja, jedenfalls ist der Plan jetzt eben, Wasser in den Topf zu kochen zu bringen. Kochen das, ja, ganz unwarm ist es dann doch nicht. Schon heiß. Mhm. dass das kochende Wasser dann oder mehr oder weniger kochende Wasser unter eben hier dieses Dachlein zu stellen, dann soll das kochende Wasser entsprechend aufsteigen, also als Wasserdampf am Dach kondensieren, die Plastikplane hinunterlaufen durch das aus chinesischem Stauden knöterig bestehende Trichterchen rinnen und in die Plastikwasserflasche, der wir den Kopf geklaut haben, hineinfließen. Ja, soweit die Theorie. Und ob das in irgendeiner Form halbwegs funktioniert, das werden wir sehen. Zum Wasserdestillieren noch ein paar generelle Punkte und Anmerkungen. Was man beachten sollte, ist gerade wenn man irgendeine, also man kann grundsätzlich jedes noch so beschissen, fast, jedes noch so beschissene Wasser durch Destillieren zu Trinkwasser verarbeiten. Dabei gibt es einen großen interessanten Mythos, den man kurz erwähnen sollte, nämlich, es heißt immer destilliertes Wasser darf man auf keinen Fall trinken. Das sei ganz, ganz furchtbar schlimm. Erstens, destilliertes Wasser kann man schon trinken. Jetzt nicht in riesigen Mengen, dann ist es irgendwann ganz furchtbar schlimm, ja. Aber so kleinere Mengen bis zu einem Liter in nicht allzu kurzer Zeit sollte auf keinen Fall ein Problem sein. Und zweitens, destilliertes Wasser muss ja nicht destilliertes Wasser bleiben. Im Outdoor-Bereich tut es das sowieso nicht, weil die Folie nicht sauber ist, die Luft nicht sauber ist, der Wasserdampf wahrscheinlich noch irgendwelche Rußpartikel aufnimmt in dem Moment, wo er den Topf verlässt und so weiter. Also das reicht nicht für wirklich, wirklich destilliertes Wasser. Und drittens, wenn man irgendwas ins Wasser reinkippt, völlig egal was, ja, ein Hauch von Dreck, irgendein Dreck, Boden, Asche, eine Haferflocke, ein paar Blaubeeren, ganz egal, irgendwas rein tun, ein bisschen Sand, also eine Handvoll wäre zu viel, ein paar Krümel halt, gar kein Problem. Dann ist das Wasser nicht mehr destilliertes Wasser, sondern wieder stinknormales Wasser, in dem gewisse Mineralien enthalten sind und schon kann man es problemlos trinken. So, das nächste, was man wissen sollte theoretischer Art beim Wasser destillieren, ist, wenns Wasser kocht, also die Dreckbrühe, ja. Nehmen wir mal an, das sei wirklich irgendein Abwasser aus irgendeinem großen Fluss, bei dem wir davon ausgehen, dass da irgendwelche Chemikalien und wirklich irgendein total giftiger Scheißdreck drin ist. So, wir müssen aber trotzdem mit diesem Wasser arbeiten, weil was anderes haben wir nicht. Nur mal spaßeshalber, gehen wir mal davon aus. Dann wäre zu beachten, dass man, nachdem das Wasser kocht, das Wasser erstmal eine Weile kochen lässt. Nicht, weil damit irgendwas abgetötet wird, also das natürlich auch, aber, sondern deswegen, dass die Bestandteile im Wasser, die bei weniger als 100 Grad eben entsprechend zu sieden anfangen, dann schon mal rausgesiedet sind. Ja, das wäre also schon mal ganz interessant, dass das der Fall ist. Des Weiteren darf man es aber auch nicht zu lange kochen lassen, bevor man es dann unter das Gefäß, die Plastikfolie in unserem Fall, darunter stellt, die eben den Wasserdampf auffangen soll, weil irgendwann ist das ganze Wasser, das ja bei exakt 100 Grad entsprechend verdampft, rausverdampft, oder das meiste verdampft zumindest bei 100 Grad. Und danach ist in dieser Mischung, ja, die aus Wasser plus Giftstoffe besteht, nur noch das Zeug drin, was wir gar nicht haben wollen, das dann erst später verdampft. Und es kann jetzt sein, das Wasser wird ja nicht heißer als 100 Grad, aber möglich wäre es, dass das, was jetzt noch drin ist, also das giftige Zeug, eben, oh, ja, dieser ganzen Mischung aus Giftstoffen und Wasser vorhanden ist und sich diese Chemikalien zum Beispiel schneller, stärker erhitzen können als Wasser. Und das wäre dann theoretisch im Feuer auch möglich. Und die würden dann auch irgendwann verdampfen und landen auch in unserer Destillenvorrichtung. Und deswegen muss man da eben fraktionierte Destillation machen, dass man also die einzelnen Bestandteile des zu destillierenden, der zu destillierenden Flüssigkeit, so jetzt habe ich es, eben separat auffängt. Ja, das kann man eben draußen nur so ungefähr machen und nicht so richtig exakt, wie das im Labor theoretisch möglich wäre. Und du darfst da mal bitte hin. Und ja, so. Und man muss noch mal dazu sagen, das ist ein völliges Experiment, das haben wir noch nie gemacht. Das ist die eigene Idee von der Evelyn, die ist hier komplett selbstständig drauf gekommen. Und wir probieren es einfach mal aus. So, learning by doing. So, und um den Rest ein wenig zu beschleunigen, habe ich jetzt hier mal die Geschwindigkeit erheblich hochgestellt und dachte, ich quatsch da drüber. Ähm, Fazit vorweg, es hat nicht funktioniert. Versuch, Topf heiß machen über Feuer, Topf unter Folie stellen, führt dazu, hier übrigens ein Destillierapparat, also ein richtiger, ähm, so im schematischen Aufbau. Jedenfalls, wenn man Topf heiß macht und unter Plane stellt, dann steigt da schon Wasserdampf irgendwo hin, nur halt nicht gegen die Plane, sondern unter der Plane weg, wo dann der durchaus auch ein gewisses Interesse hat, der Wasserdampf. Außerdem geht ein gewisses Maß an Wind und das reicht dann schon, dass der sich einfach nicht unter der Plane sammelt, um dort zu kondensieren. So, das nächste Problem ist, dass, äh, die Plane einfach nicht kalt genug ist, dass der Wasserdampf bei sofortigem Kontakt mit der Plane auch wieder kondensieren würde. Im Gegenteil, die ist ziemlich warm, weil sie ja auch in der Nähe vom Feuer ist und entsprechend hohe Temperatur erreicht. Also, bei sofortigem Kontakt ist eine Kondensation also nahezu ausgeschlossen. Haben wir dann irgendwie rausgefunden, nachdem wir eine Weile drüber nachgedacht haben. So, was man stattdessen tun muss und deswegen eben der entsprechende Destillierkolben, den ich hier jetzt links im Bild eingeblendet habe, ist eben, man braucht ein geschlossenes System, das man erhitzt. Hier jetzt mit so einem Laborkocherchen, das konnten wir natürlich jetzt nicht machen, so im Wald. Machen wir aber irgendwann nochmal. Wir holen das nach, wir experimentieren da dann nochmal in einem separaten Video und versuchen, Wasser outdoors mit einfachen Mitteln irgendwie destilliert zu bekommen. Das ist durchaus ein Projekt, was wir noch weiter im Sinn haben. So, jedenfalls. Also, bei 15 ist jetzt irgendeine Flüssigkeit drin. Diese Flüssigkeit wird erhitzt, dann verdampft sie, steigt den Kolben Nummer 3 hoch. Nummer 4 ist ein Thermometer, das braucht man eigentlich nicht unbedingt. Dann geht es nirgendwo hin, als eben den entsprechenden Dingerichter wieder runter bei 5 durch dieses Rohr. Und dieses Rohr hat eine Wasserkühlung. Das geht zur Note auch ohne. Da hätte man jetzt zum Beispiel das Rohr mit einem Stück Staudenknöterich entsprechend ersetzen können. Und da muss man einfach im Grunde nur noch ein Auffanggefäß unten drunter haben. Aber wichtig ist halt, dass da, wo das Wasser aufsteigt, ein geschlossenes System ist und der Wasserdampf nirgendwo anders hin kann, als eben durch das gekühlte oder eben nicht gekühlte Rohr und dann automatisch unten eben austritt, beziehungsweise als Wasser oder halt eben als Mischung aus Wasserdampf und Wasser oder was auch immer. Aber man hätte auf diesem Wege dann sicherlich ein paar Tropfen zustande bringen können. Jo, und bis diese Erkenntnis bei uns jetzt etwas reift, beziehungsweise via Evelines Projekt, ich habe mich da von vornherein rausgehalten und war eher der Meinung, dass das nicht funktioniert, das zu meiner Verteidigung. Aber sie ist in der Hinsicht dann sehr, sehr experimentierfreudig. Und lustig war es auf jeden Fall. Später ist das Feuer dann nochmal direkt unter die Plane gewandert und irgendwann war die Plane dann auch mal hin wegen Hitzeeinwirkung beim Versuch wirklich einfach mehr Hitze unter den Topf zu bekommen. Es ist zu wenig Hitze da, es muss mehr Hitze. War lustig, ja. So, zum aktuellen Stand. Ja, wir haben ran gesoomt. Wir haben jetzt es geschafft, nach Entfernen der Folie nochmal ein Feuerching direkt unterm Töpfchen, also zumindest ein Glutfeuerching, unterm Töpfchen zu installieren und hoffen jetzt, dass das ganze gasartige Zeug, was da offensichtlich aufsteigt, eben nicht nur Gas, sondern auch ein bisschen Wasserdampf ist und dass der dann halt eben entsprechend an der Folie kondensieren möge und in die Flasche laufen möge. Und ja, wenn es jetzt immer noch nicht klappt, dann glaube ich, können wir davon ausgehen. Aber was stimmt denn an der grundsätzlichen Überlesung nicht? Ja, ich glaube einfach, dass die Folie nicht kalt genug ist, dass da nennenswert Kondensation dran auftritt. Also irgendwie ein bisschen sicherlich schon. Aber ich meine, das ist ein bisschen wie im Zelt, ja. Wenn das Zelt gut gelüftet ist, dann gibt es da auch keine Kondensation. Auch wenn wir reichlich, reichlich... Eigentlich ein ziemlich großer Temperaturunterschied. Sollte man meinen, ja. Aber ich glaube, die Lüftung ist einfach zu gut. Man sieht ja auch, dass der Rauch problemlos eben an der Folie eben auch entsprechend vorbeizieht. Schlechtere Lüftung? Ja gut, wenn du jetzt... Ja, ich weiß es nicht. Aber ich bin mir sicher, dass in den Kommentaren fleißig mitgerätselt wird. Da bin ich mir absolut sicher. Nur hilft es uns da natürlich nichts mehr. Also jedenfalls nicht mehr für dieses Projekt. Für das nächste Mal schon. Ja. So, der nächste Versuch. Chefin ist inzwischen der Meinung, dass es jetzt in der Tasse blubbert und dementsprechend müsste es jetzt eigentlich klappen. Diesmal neu, diesmal voll die Plane drüber. Ich meine, im Grunde haben wir ja schon dann einen Erfolg erreicht, wenn es von der Plane in irgendeiner Form irgendwo runter tropft, oder? Ja. Ja. Gut. Weil so funktioniert natürlich die Auffangvorrichtung nicht mehr. So, wir machen jetzt noch ein bisschen Resümee am Feuer. Äh, also nix, nix weltbewegendes, aber einfach mal ein bisschen durchgehen, was wir heute gelernt haben. So, äh, ich bin erstaunt, wie gut das mit der Weidenbast-Schnur funktioniert. Ich wusste das wohl in der Theorie, aber ich habe da selten wirklich viel mit experimentiert. Und, äh, das hat mich jetzt wirklich überrascht, wie stabil das auch ist und wie einfach es ist für jemanden wie mich, äh, da eine vernünftige, halbwegs vernünftige Schnur zusammenzudrehen. Ja. Also, das waren aber auch jetzt wirklich gute Stücke. Ich hab's schon mal hingekriegt, so ist das jetzt nicht. Das war jetzt nicht das allererste Mal, aber irgendwie muss ich irgendwas diesmal richtiger gemacht haben als letztes Mal. Ich weiß es nicht. Aber das war wirklich sehr stabil. Ja. Schatz? Auch wenn die Reaktion auf meinen Notruf etwas enttäuscht war, fand ich die Pfeifenschnitzerei sehr, sehr cool. Aha. Auch wenn ich erst gar nicht dachte, dass das irgendwann dann möglich ist, mit einfach, äh, wie beteppert drauf rum zu kloppen, irgendwann die Rinde von der Weide zu lösen und da eine kleine Pfeife zu bauen, das war cool. Das hab ich auch sehr beeindruckend gefunden, dass die jetzt doch so gut funktioniert haben. Die Panflötenvariante mit dem, äh, mit dem Knöterich, äh, mit dem Staudenknöterich, die fand ich eigentlich auch ganz lustig, muss ich sagen, dass das doch so einfach geht und so schnell vor allen Dingen. Ich glaube, du musst ein Video machen über die Survivalpflanze japanischer Staudenknöterich. Ja, schon, ne? Den haben wir jetzt für sehr vieles verwendet. Ja, der ist schon saupraktisch. Der ist schon, der hat was. Der ist schon wirklich saupraktisch. Also, also er ist zwar scheiße im ökologischen Sinne, ist der wirklich absolut scheiße, aber als Survivalpflanze hat schon was zugegeben. Hat der schon Verwendungsmöglichkeiten? Und sehr geil fand ich natürlich, wie viele Erdbeeren und Heidelbeeren, vor allem Heidelbeeren, Ja, ja. Dass hier im Wald rumstehen. Mhm. Da kommt man nicht hinterher mit Essen. Nö, du kommst nicht von A nach B, ohne dir den Wand vollzuschlagen. Also, du kommst nicht von, aber... Ich hab's verstanden, danke. Ja, 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 okay, okay, okay. Ja gut, aber ich bin ja selber schuld, dass ich das Zeug nicht mag. Das ist ja schon eigentlich im Grunde doof. Äh, aber der Schaden ist angerichtet. Frühkindliche Prägung. So, ähm, ja, ja, ansonsten, äh, was wir jetzt... ein Problem in Anführungszeichen haben ist, dass wir nix nennenswert Gescheites gefunden haben, um unseren Schlafplatz jetzt noch großartig, ähm, ich sag jetzt mal, äh, Liegekomfort-technisch aufzupappen. Ja, also wir liegen jetzt schlicht und ergreifend einfach platt auf dem Waldboden. Das kann... Nein, er ist relativ weich. Es ist weicher Waldboden. Es ist weicher Waldboden. Recht musiger Waldboden. Mhm, Bohumus. Ah, boah, ja. Ja, ja. Aber ganz ehrlich, es gibt auch nix, es sei denn, man möchte wirklich jetzt nochmal einen riesen Haufen Fahnen zu diesem Zwecke entsprechend abschnippeln. Das habe ich bei meinem ersten Survival-Training ja gemacht. Damit habe ich das mal ausprobiert. Äh, das hat mir jetzt gereicht und, äh, das war die einzige Möglichkeit, die ich jetzt eigentlich weit und breit gesehen habe, um nochmal irgendwas an Polstermaterial zusammenzukriegen. Laub gibt's nicht viel im Nadelwald. Laub gibt's im Nadelwald nicht viel. Nadelwald, äh, Humus zusammenkratzen ist, 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 das ist wieder mal stark am Rande der Illegalität, weil das so ein bisschen Richtung Streunutzung geht. Das stellt für den Wald auch wirklich einen gewissen Nachteil dar. Wenn man da größere, größere, krassere Bodenverwundungen in diesem Fall durchführt, das kann man hinterher zwar wieder so halbwegs zurückscherren, aber das ist nicht dasselbe. Wirklich transportieren kann man's auch nicht wirklich. Man, ja gut, man kann's natürlich händeweise da durch die Gegend schleifen, aber... Das bringt nicht viel. Und, äh, wahrscheinlich brauchen wir die Temperaturisolierung. Also jetzt so rein von der Temperatur her nach unten sowieso nicht unbedingt. Aber weich wäre schön. Weich wäre schön gewesen. Naja, jetzt gucken wir mal. Naja, jetzt gehen wir halt möglichst spät schlafen. Jo. Wir werden wahrscheinlich morgens mit ein bisschen Aua, prophezeihe ich schon mal. Mindestens. Ähm, halt wieder aufstellen. Ähm. Und dann haben wir auf unseren Punkten ja eigentlich nur noch, die simulierte Jagd zu Wasser. Ja. Die wir erfüllen müssen. Und allenfalls noch eine Verbesserung von der simulierten Jagd zu Lande. Richtig. Weil ich glaube, alles andere haben wir inzwischen erfüllt. Alles andere haben wir abgehakt, ja. Gut. Und was tun wir jetzt noch? Wir werden jetzt noch warten, bis das Feuer einen sich selbst überlastbaren Zustand erreicht hat. Das kann gut und gerne noch eine halbe Stunde dauern. Das schauert noch etwas. Aha. Vor allem, weil es hier noch so Äste gibt. Ja, ja. Wir hatten halt relativ viel langes Zeug. Und das brennt man dann erstmal in der Mitte durch. Und dann legt man die beiden Enden jeweils nach und nach nach. Genau, wie gerade gesehen. Vor allem der eine dicke da. Und lange. Der wird noch eine Weile brauchen, bis der wirklich so richtig verarbeitet ist. Den können wir auch einfach noch in der Asche wälzen. Den können wir dann auch in der Asche wälzen und da lassen. Das stimmt. Ja, also das wird noch ein Weißing dauern. Ich würde vorschlagen, dass wir dann tatsächlich noch eine kleine Pilgerreise zum Wasser unternehmen. Ja, Hände waschen wäre nicht. Hände waschen wäre wirklich cool. Und auch nochmal die Wasservorräte auffüllen. Wir haben ja nicht so viel Transportvolumen und mehr. Da kommen wir morgen früh auch nochmal vorbei. Aber erfahrungsgemäß trinke ich in der Nacht schon gerne noch ein paar Schluck. Und manchmal habe ich gerade, wenn ich nicht so gut schlafe, dann habe ich so richtig Durstnächte. Da brauche ich wirklich in der Nacht echt mal alle paar Stunden wache ich dann auf und habe einfach Durst. Und muss auch noch ein bisschen was trinken. Und ja, ich muss dann wahrscheinlich auch ein, zwei Mal noch pinkeln. Aber das habe ich oft outdoors. So Durst, sagen wir mal wassergetriebene Nächte. Ja. Mhm. Ich weiß nicht wie spannend, dass da die Details für die Zuschauer sind. Äh. Was wir jetzt dabei haben, ist wirklich bloß mein Schlüsselbundlicht. Hier dieses Ding. Und ja, das ist alles. Nicht, dass wir jetzt damit besonders haushalten müssen. Das ist frisch aufgeladen. Das dürfte durchaus problemlos die Nacht halten. Das ist auch hell genug. Aber ja. Aber ja. Ja. Also so langsam. Man sieht es ja auch langsam. So in der Umgebung wird es schon duschter. Äh. Im dunklen Wald. Entschuldigung. Also im dunklen Wald. Wenn man jetzt hier so mal zwischen die Bäume guckt. Das kann ich auch mal kurz vor Kamera hin halten. Da sieht man schon nicht mehr so viel, ne? Ja. Und äh. Äh. Dementsprechend. Ja. So langsam. Kehrt die gute alte Nachtstimmung ein. Könnte wirklich ein bisschen spannend sein, durch die Nacht zu kommen. Es sollte aber wirklich nicht kalt werden. Aktuell. Ähm. Also hier an diesem Platz gibt es auch einen Thermometer. Das hängt da hinten an einer Hütte. Und äh. Auf diesem Thermometer stand eben irgendwas von 19 Grad. Ich denke das wird jetzt nochmal massiv runter gehen. Der Wetterbericht hat für unten im Tal was gesagt? 16. 16. Wir sind allerdings deutlich höher. Äh. 300, 400 Meter. Dann müssten wir sowas um die 12 kriegen oder sowas. Ja. Jetzt ist halt die Frage, wie gut isolierten Rohhumusboden unter Fichte. Das habe ich jetzt so, so noch nicht ausprobiert. Also wenn der wirklich schön kuschelig warm ist bei diesen Temperaturen. Okay, wir haben ja auch eine Plane drauf. Die bringt auch noch ein bisschen was. Ja. So eine Plane ist nicht nichts. Und ähm. Ja. Das wird vor allen Dingen die Hauptfrage sein. Dass ich obenrum bei diesen Temperaturen friere, wage ich zu bezweifeln. Insbesondere wenn ich eine Jacke an habe. Und dann habe ich auch eine Rettungsdecke zum zudecken. Und allzu viel Wind sollte nicht gehen dazwischen. Ganz genau. Wo unser Lager ist. Ganz genau. Und außerdem, also jetzt, äh. Eveline hat ja eh den Quilt. Damit dürfte das also zumindest von oben her kein Problem sein. Ähm. Bei mir. Ja. Ne. Also vielleicht eventuell mit der Rettungsdecke. Dass ich mich dann auch noch ein bisschen vom Wind abschirmen kann. Ich würde dir ja eine Ecke abgeben, wenn ich eine übrig habe. Ja, das sehen wir dann. Das sehen wir dann. Ja. Dann. Gute Nacht. Ja. Find ich auch. Schlaf gut. Was denn? Ja.